Hallo und herzlich Willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir gehen jetzt zum Schattentempel und ab diesem Moment ist es wirklich schwer für mich das zu spielen. So ihr seht. So jetzt bin ich da. So hier sind wir im Schattentempel. So was können wir hier einsetzen und dann alles Feuer hier zu erwecken und zwar das hier. Und jetzt. Wow. Bam. Auf geht's. So jetzt sind wir hier offen. Der Schattentempel ist eröffnet worden. Und rein damit. Jo. Schattentempel. So. Hier ist der Eingang zum Schattentempel. Aber. Wir können da nicht hin. Also. Später. Es gibt einen anderen Weg. Um da hinzugehen. Das ist nur eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit. Ist für den größeren Link. Angesetzt. Deswegen müssen wir hier. So wir müssen jetzt den anderen Weg. Das war sehr knapp. Und zwar. Ist das. Wie kann man sich das einfacher machen. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Das ging ja damals. als der nette Mann mit dem schönen Monodischen. Da hat die Liedel. Die Liedel. Wo wir die Liedel. Das Lied des Sturms erlernt haben. Ähm. Ja. Da müssen wir jetzt wieder hin. Wir sind quasi. Das ist ja ein Eingang dieser Brunnen. Aber. Ähm. Der ist der Eingang. Muss man halt so machen. Dass wir hier. Lied des Sturmes spielen. Und zwar. So. Hier spielen wir genau das Lied des Sturms. Hymne. Also das Lied des Sturms für mich. Und damit. Setzen wir. Sogenannte. Die sogenannte Motorik hinter. Das Wasser jetzt vom Brunnen weg. Quasi kommt. Das sind jetzt. Das ist die Wirkung. So. Schneider tritt sich die Mühle. Ja. Die Mühle. Und. Ja. Das Wasser wird abgesaugen. Und. Auf den Grund des Brunnen. Bis. Ein. Ja. Wacht. Ja. Und so ein leichter Schauerwunder. Ja. Aber der Gewicht auch gibt. Ich guck mal. Da sieht man noch mehr. Das ist ein sehr sehr schönes Juch. Jetzt geht es aber doch schon zu schnell. Boah. 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 Jetzt sind wir wieder drin. Und jetzt gehen wir zum Schattentempel. Und da habe ich keine guten Erinnerungen mehr an diesem Scheiß Tempel. so. Boah. Boah. Glück gehabt. Und wir sind jetzt da. Im Schattentempel. Grund des Brunnens. Boah. Ich hasse und sehe. Ey. Einklüsse so an. Oh. Das war was am Boden ist. oder wartet mal eine waffe die man benutzen können den bummerang ach ich höre in diesem raum geisterhafte stimme sie flüstern sie flüster mir zu suche nach dem auge der wahrheit ja ich suche auch nach dem auge der wahrheit ach ne der muss sich umdrehen komm dreh dich um die flüster wir haben an dieser stimme kann mir doch mal den arsch rutschen ja hier ist ein raum deswegen das weiß ich gar nicht aus leute das ist gruselig kann man eigentlich als kind die eisenstiefel anziehen nein wenn ich hier richtig keine ahnung wow raubschleim wow aber jetzt habe ich jetzt übertrieben erschreckt diese stimme na wie gesagt diese mauer hier heißt es gefahr aus der tiefe wow wow da kam was an hinten holy shit was war es krass da kam irgendwas hohoho lol äh hab ich hier schon so ein monsterbacke okay boah das war jetzt gruselig oh das ist das übel oh ja ist ja auch keine chance den kriegst du nur besiegt wahrscheinlich mit dem bogen dann nehmen wir doch den bogen ja futsch ja ich weiß gar nicht wo ich hin muss leute okay leute nochmal kommt schnell bis gleich so da bin ich wieder ich habe es gefunden wo wir hin müssen achte auf die schatten der kreaturen die an der decke hängen ja schön für die schatten scheiße ich bin ich irgendwo gelandet wo ich nicht landen wollte scheiße schöner ortwahl äh höh höh höhNe Performance ich bin ich irgendwo gelandet wo dich hin wollte und das ist kein gutes Gefühl daencer auf das ist kein gutes Gefühl da wollte ich gar nicht landen Toll aber mein gott ich bin irgendwo jetzt hier gelandet wo ich nicht weiß wo ich hin muss ich wollte zur ersten etage auch ein zombie doch wir gehen wieder hoch wir suchen ist es weiter ich habe keinen bock mehr da war ich hoffe wir sind jetzt hier richtig können jetzt ganz oben sind ich weiß gar nicht wo wir hier sind ok ich habe jetzt hier eine tür aktiviert weil jetzt wieder super jetzt sind wir wieder da nicht wieder in die mitte durch da steht die gefahr aus der tiefe deswegen mein gott tut euch das selber nicht an hier ich denke mal hier müssen wir das wiegenlied spiele damit er das wasser stoppt das wasser spiel unter da ist nicht schön irgendwo irgendwo eh das ist ein gruselig der ort hier uuuuuaaaat oh eine große truhe schon wieder da irgendwie eh runtergefallen eh das ist doch gay eh toll da war eine große truhe und ich mein gott falle wieder da blinz rein eh deswegen ich hasse schattenspielen leute mit mir kann man sowas nicht mehr machen mein gott mein gott so und einfach hier durch nein ach da müssen wir durch so da weil ich es jetzt geschafft haben können wir jetzt noch runter und hier runter kriechen zu es zu es ich habe keine ahnung wo ich hier lang gehe eh ich bin ich komme langsam so vor wie so ein so ein so ein Rätseler so uuuuuh toll sind wir hier in irgendeinem scheißraum oooooh ey kommt die von hinten du blöde Spinnen ach ey ach ey kommt die von hinten du blöde Spinnen ach ach die sind intelligente geworden die Spinnen ach 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 so so jetzt haben wir eine Tür hier oh oh du musst gegen irgendwas kämpfen was denn ey uuuuh ach das dann ey lass mich los hier friss Bombe ey du du bastard lass mich auch mal los oh ey ich komme nicht hier weg ey ich komme nicht hier weg gleich mit einer Deko auch nicht auch nicht ja dann müssen wir mit einem bummerang helfen oder ja ich tue bummerang und ooooh ey lass mich in ruhe lass mich in ruhe ey das darf doch nicht wahr sein ey die lass mich nicht los die hat es auch schon kaputt die hat sich jetzt vergraben der penner ne oh da könnte da könnte da könnte lass mich los nein lass mich los lass mich los komm her das nützt nix das darf nicht wahr sein das darf nicht wahr sein ne verreckt doch mal du scheiß Monster ey das darf nicht wahr sein ne das war ich jetzt schon komm jetzt komm komm schwachte du bist hartnäckig ja endlich besiegt verrecke das hast du für mich eine Truhe die eine Truhe er ist das Maria verrecken scheiß Mund sein und jetzt keine Lust mehr und das ist sie das Auge der Wahrheit viele Geheimnisse die Sätze setzt du es ein kostet es magische Energie das ist wahrscheinlich ja jetzt geschafft boah ach das ist sehr wichtig die brauchen wir nämlich warte mal kurz zu Demonstration seht ihr ey lass mich doch mal in Ruhe kein Bock mehr ich habe ja noch zwei magische Fehl die werde ich auch einige schnell benutzen äh was haben wir jetzt weiter ja jetzt ist man durch ist diese Truhe denn wahr ja die Truhe ist wahr mal aufmachen bombenvorrat hm 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 das Tor machen wir mal kurz guck mal ob wir was mit der Bombe machen können wenn das Tor da ist nichts ok weiter geht's jetzt haben wir das Auge der Wahrheit und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit der Augen der Wahrheit und so viel mehr bis dann und schauen Leute das ist wir zweiten Untertitelung des ZDF, 2020